Und alle drin, und das war der Start zum ersten Rennen, Burger King Rennen. Es geht zum ersten Mal am Ziel vorbei und da sehen wir außen gleich Rolllips mit Adrian in vorderer Linie, Thymian Ass dicht dabei, Lalit in vorderer Linie, Ambrosius und Legal Rides. Also Sie sehen alles in geschlossener Formation, bei anständigem Renntempo sind die Pferde im ersten Bogen und innen durchgeschlüpft, Regal Lights jetzt. Legal Rides führt, aber außen daneben der Augenquelle Adrian, die beiden im Vorteil. Toscano dahinter, jetzt der dritte. Dann sieht man an der Innenseite die Rennfarben von Ambrosius auf dem vierten Platz, gefolgt von Rolllips, Thymian Ass, Lalit ist dahinter, am Schluss zunächst Astor. Die Pferde nähern sich schon Mitte der Gegenseite und jetzt hat Carlos Enrique Adrian nach vorne geschickt und hat das Kommando, führt das Feld jetzt an, die Pferde gleich wieder sichtbar. Hinter den Bäumen kommen Sie hervor, in zweiter Position erscheint außen jetzt Toscano. Also die Pferde mit der Erfahrung, die sind hier 1, 2, die also die schon Platzierung vorzuweisen haben, die führen das Feld an. Ausgangs der Gegenseite, vorne Adrian, Toscano ist auf dem zweiten Rang zu sehen und so geht es allmählich in den Schlussbogen hinein. Drittes Pferd ist Legal Rides an der Innenseite und der hat Kontakt zu den ersten beiden. Die anderen mühen sich dahinter, etwas näher heranzukommen. Es geht durch den letzten Bogen und die Pferde nähern sich also allmählich der Zielgeraden mit Adrian vor Toscano. Legal Rides dahinter, Legal Rides weiterhin drittes Pferd. Rolllips ist außen daneben positioniert. Dann schließt auch Lalit jetzt die Lücke, dann meldet sich Astor und Ambrosius hinten unter Druck. Eingangs zu geraden 500 Meter noch. Adrian innen, Toscano versucht die Attacke. Ganz innen, Legal Rides auf kurzen Wege dabei. In der Mitte, da kommt auch Thymian Ass auf Touren. Aber vorne, da springt er nochmal weg. Dieser Adrian, der hat hier den Vorteil. Toscano versucht alles, kommt nicht ran. Dahinter Legal Rides, innen spät Astor. Und außen Thymian Ass, aber Adrian führt für das Quartier von Henk Rewe. Ja, das ist der Nummer 60, also für Henk Rewe. Der designierte Trainer-Champion 2019. Adrian in Auenquälerfarben gewinnt. Mit Carlos Henrique vor Toscano, dann Thymian Ass, innen dann dichter bei Legal Rides. Und Astor war fünfter weit vor Ambrosius vor Lalit. Und dann die einzige Stute heute mal hinten. Rolllips. 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 Rolllips.